Ja, gib mir deine verwundbare Seite. Ja, gib mir deine verwundbare Rückansicht vor allem. Huch, das ist die Vorderansicht. Ich nehme einfach die Seite. So. Parkhaus, alles klar. Oh, fuck. So viel Schaden. Nice. Da oben der Truck kann auch noch weg. Da sind nämlich gerade die ganzen Einheiten rausgekommen. Okay, jetzt muss ich ganz schnell gucken, dass ich hier das Teil aufmache. Okay, hinstellen. Raus. Okay. Ja, den Kontrolldingsbums, dann weiß ich, wo der ist. Das ist nicht das Problem. Bitteschön. Okay. Wir können weiterfahren. Sogar mein Panzer hat überstanden alles. Perfekt. Ja, überstanden alles. Deutsch. Gute Deutsch. Nice. Hat funktioniert. Oh, oh. Komm, schieß. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Oh, fuck. Mein Panzer ist gleich Schrott. Nice. Und der ist auch Schrott. Unten rechts hält er sich gerade. Ist auch echt nötig. Ich fahre hier mal durch. Ich fahre hier mal durch. Uhu. Überfahr hier einfach. Hihi. Überfahren. So, wo sind die Panzer? Da ist einer. Komm. Noch einer. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Wir sind jetzt so gut wie alleine. Ich habe wenig Energie. Ich muss mich räcken. Komm schon. 50. Oh, ich habe eine Waffe freigeschaltet. Nice. 52. 51. Okay, es wird langsam. Jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen. Wo sind die anderen? Wo sind die Panzer, die uns gerade ausschauen? Hinter dem Hügel. Okay. Da oben. Da ist einer. Das war ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Oh, wie viel hält der aus? Der ist weg. Okay, sehr schön. Fahrzeugzustand 60. Okay. Geht besser. Sind hier noch welche? Da drüben steht noch einer. Au. 57. 35. Zwei Treffer und ich bin weg. Okay, er oder ich? Ich. Okay. Kurz ein paar. Ein bisschen regenerieren hier. Ich schieße ein paar Autos noch weg. Einfach weil es cool ist. Okay, vorsichtig vorgehen. Oh fuck. Was schießt? Der da schießt. 22. Nice. Auch weg. Puh. Er ist extrem stressig gerade. Wie man vielleicht merkt. Oh, da war was. Er hat geschossen. Der da. Ja. Ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ja, ich müsste treffen. Komm schon. Ich treffe dich nicht, oder? Nein. Komm. Nein, es wäre... Oh, ich habe einen Punkt. Oh. Oh. Das war mein Panzer. Alter Verwalter. Ich bin zwar schon ein ganzes Stück weit gekommen, aber... Okay. Wir haben noch knapp 600 Meter bis zum Flugplatz. So wenig ist das leider nicht. Oh Gott. Arketenwerfer. Da war auch noch einer. Kopf runter, blend Granate. Da, den habe ich gesucht. Den blöden Sack habe ich gesucht. Was? Ich sollte vielleicht nicht einfach übers Feld laufen. Scheiße. Okay. Merke, nicht übers Feld laufen. Ah, wir starten wieder hier. Okay. Das heißt, wir haben noch drei Panzer vor uns. Ungefähr. Ja, da ist er. Den sehe ich. Aua. 29 Punkte. Ich muss sehr schnell sehr viel besser schießen als er. So. Wo ist der zweite? Ist das der da hinten? Ne, ne? Ist der, den wir gerade erledigt haben, würde ich sagen. Oh, oh, wer schießt denn hier? Einer war hier noch vorhin. Ich weiß nicht, ob die an der gleichen Stelle spawnen. Stelle spawnen. Oder ob es unterschiedliche sind. Gerade wie gesagt... Da ist der zweite. Da ist der zweiter. Wie schön, dass der einfach drei Stunden zu spät. Spätspaw und. Spätspaw und, alter. Sprachschwierigkeiten erster Güte. Einen noch. Einen noch. Komm. Nein. Wo ist er? Da hinten. Scheiße. Uh. Okay, ich kann auch drin bleiben. 22 Prozent, Alter. Steht hier drüben noch einer oder war es denn? Da steht noch einer. Den kriege ich... Ha, 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 ha. Nicht mit mir, Kollege. Vergiss es. So, jetzt kommt der hier dran, der mich gerade so genervt hat. Ich fahre ein bisschen näher ran. Damit ich ihn auch hundertprozentig treffe. Vielleicht nehme ich dann auch direkt ein bisschen Infanterie mit. Nice. Das war die da oben zum Beispiel. Links steht auch noch einer irgendwo. Da hinter dem... Gebüsch. Komme ich hier nicht hoch? Ich bin Panzer, ich muss hier hochkommen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Steht mir das Teil hier im Weg. Drecksding. Hoch da. Sehr gut. Huuu. Der hat einen Raketenhelfer dabei. Ja, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Na gut, dann zu Fuß. Die knipse ich aus. Ja, mach du mal. Das hoffe ich doch. Darüber? Okay. Der andere Seite des Gebäudes müsste eine Brücke sein. Uh, da war auch noch einer. Die sieht man aber auch echt überhaupt nicht. Okay, komm. Go, go. Komme ich hier irgendwie durch? Kann einer die Bretter wegmachen? Okay, ihr könnt rumstehen. Mann! Ich fliebe in Aschappen. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Du hast aber nirgendwo Deckung. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen besseren Plan. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beheilen. Können wir nicht, bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Er war sich das Risiko bewusst. Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lübtern. Alles klar. Hau die Bretter weg, dann können wir los. Der Plan gefällt mir zwar auch nicht, aber... Das gefällt mir alles hier noch nicht so ganz. Aber ich kann auf jeden Fall mal... Huch! Gerade das Ferngas auspacken. Ja, ich würde auch gerne zoomen. Ah, T ist Zoom. Dankeschön. Okay, es sieht noch relativ ruhig aus, aber das heißt überhaupt nichts. Ja, da vorne. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie sie sie rausbringt. Los, der Sturm wird nicht lang anhalten. So weit es sich... Okay. Hinter die Autos. Huhuhu. Das heißt, ich muss jetzt... Ah, na klasse. Alter. Das ist vielleicht ein scheiß Sturm. Ja, aber er hilft uns zur Bewegung voraus. Wo hilft er uns denn? Toll, meine Granate ist nicht mehr explodiert. Scheiße. Huiuiui, vielleicht hat sie auch von der Brücke geweht. Ich weiß es nicht. Alter, warum sitzt ihr hier? Und warum läufst du von mir weg, du Idiot? Okay, ich habe wieder irgendein Abzeichen bekommen. Keine Ahnung, wie man die kriegt. Eieieie, ist das windig. Huiuiui. Okay, wir müssen hier rüber. Feinde sehe ich gerade nicht. Okay. Scheiße. Ach, komm doch. Ach, komm doch. Mist. Das war's. Okay. Okay. Ja, hol dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Oh. Dr. Burgess. Okay, Jeff, sein Arm ist frei. Kommt raus. Bleib auf die Seite. Zieh am Boden. Gut. Okay. Okay, zurück zum Wagen. Back, schlag das Fenster rein. Heller, überbrück die Handbremse. Auf frei. Eins, zwei, drei. Hey, wir haben's nicht. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb. Gib mir einfach deine Hand. Das muss doch gehen. Dieser Klapp, das nicht verstand. Hängt mir irgendwo fest. Der Gurgel, er hängt den Gurgel fest. Dann los. Halt. Was ist das? Ein Riesenschatz. Sieh, Sieh. Schleid nicht. Schleid nicht. Schleid nicht. Schleid nicht. Halt los. Moment. Mach schon. Okay, wir müssen hoch. Und zwar dringend. Oh, ist noch gar nicht so einfach. Und gleich geht mir auch noch die Luft aus. Komm, schwimm. Das schönste Wasser war arschkalt. Du scherz, der elende Sau. Nein, nein, nein. Ach, da vorne sind wieder welche. Aus der Kanalisation. Hört zu, wir sind direkt unter dem Flugfeld. Es ist unser Weg, rein. Ja, dann müssen wir da auch durch, wa? Auf sie. Sache, das war so der einfachste Weg. Und hier können wir rein. Da fehlt noch der vierte. Ja, perfekt. Boah, endlich sind wir diesen scheiß Sturm los. Ja. Wahre Worte. Hast du die Flares, Peck? Nein, ich habe. Sehr gut. Okay, Peck. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein, wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen, Signalpistole abfeuern und verschwinden. Ich hoffe wir. Ja, ich hoffe es doch. Wir müssen. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Hier wird nicht geredet. Hier wird gekämpft. Das wusste ich nicht. Huch. Ja, ich würde behaupten, ich habe ihn durch die Map geglitscht. Aber mit Erfolg. Nice. Gut. Herzlich. Das habt ihr sehr gut programmiert, liebe Entwickler. 1A. Gut, dann mache ich hier mal kurz einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.